Die Invasion des Schwarzwalds Ihr Vermächtnis weiterlebt Wegtreten! Die Invasion des Schwarzwalds Die Invasion des Schwarzwalds Die Invasion des Schwarzwalds Die Geschichte von dem, was ihr und der Rest der Compagnie Bravo geopfert habt, um das Rotkamengebirge zu retten, werden noch viele Generationen hören. Den Verlust eurer Freunde kann ich nicht wettmachen. Trotzdem möchte ich euch für eine solch heroische Tat belohnen. Hier sind Keshars Habseligkeiten. Mehr haben wir nicht gefunden, als wir den See nach seiner Leiche absuchten. Trottmann hat mir erklärt, Kesharn hätte sicherlich gewollt, dass der einzige Überlebende der Compagnie Bravo etwas davon nimmt. Vergesst sie nicht, mein Freund. Für die Allianz.